AstraZeneca ist unbelebt. Sputnik V vielen zu unsicher. Die meisten Impfstoffe sind noch nicht am Markt und trotzdem zeichnet sich ab. Immer mehr Österreicher, vor allem Ärzte, wollen den Anbieter selbst wählen. Am liebsten Biontech, Pfizer oder Moderna. Beide sind zu 95 Prozent gegen das Coronavirus wirksam. Die restlichen fünf Prozent sind zumindest geschützt. Diese fünf Prozent, die leichte Symptome haben, sterben nicht und werden nicht in der Intensivstation behandelt, sondern die können also zu Hause bleiben und vielleicht mit einigen symptomatischen Mitteln darüber hinwegkommen. Auch für den New Yorker Virenforscher Peter Pallese sind die beiden Impfkandidaten derzeit Testsieger im Ranking, weil sie nur einen Teil des Virus verwenden. Man spritzt also nicht das ganze Virus wie sonst bei vielen Impfstoffen, das ganze Virus in den Arm, sondern nur die Messenger-RNA, nur die genetische Information des Virus. Der Körper produziert dann das Protein zum Virus und damit Antikörper. Sogar mehr als bei einer natürlichen Infektion. Nachteil, die sogenannten mRNA-Impfstoffe sind teuer und müssen bei Minusgraden transportiert werden. In Österreich sind sie deshalb rar. Vor allem in Österreich, wo 98 Prozent der Leute den Impfstoff nicht bekommen können. Ich würde sagen, wie man hier sagt, praise the Lord, just be happy, sei zufrieden, wenn du einen Impfstoff bekommst. Auch der AstraZeneca ist sehr, sehr gut. Nicht impfen gehen, weil der gewünschte Impfstoff nicht verfügbar ist. Das ist für den Virenforscher keine gute Lösung. Die Konsequenzen von Covid-19 können so gravierend sein und die Seiteneffekte so stark sein, dass man auch, wenn er etwas weniger wirksam ist, man ist dann trotzdem geschützt, dass man nicht stirbt und dass man keine großen Probleme hat. Das Einzige, was wirklich hilft, sind Impfstoffe. Ich weiß, in Österreich wird man dauernd getestet und getestet. Also ich habe schon öfters gesagt, man sollte vielleicht weniger testen und mehr impfen. Vorsichtig ist Paläse bei russischen Impfstoffen wie Sputnik V. Die Gesundheitsbehörde ist sehr lax in Russland. Der einzige Trial, der jetzt bekannt ist, schaut relativ gut aus. Aber ich würde sagen, im Prinzip kann man nicht den Russen trauen. Die sind immer sehr zick-zack, die Leute, die haben nicht die westliche Präzisheit, dass man also wirklich diesen Impfstoff prüft. Bis Sputnik V in Österreich landet, wird es ohnehin noch dauern. Zuvor, müsste die Europäische Arzneimittelagentur den russischen Impfstoff zulassen. Bundeskanzler Sebastian Kurz will Sputnik V dann in Österreich produzieren lassen. Eine Impfindustrie aufbauen, das dauert aber, so Paläse. Ich weiß nur, dass leider in Österreich momentan keine Impfindustrie vorhanden ist. Baxter wurde aufgelassen oder ist weggegangen aus Österreich. Das war eine Firma, die große Erfahrung in diesem Gebiet gehabt hat. Auch Paläse selbst arbeitet an einer neuen Corona-Impfung. Sie soll vor allem für Kinder geeignet sein. Unser Impfstoff würde wesentlich billiger sein als der von Pfizer und von Moderna. Also auch wenn die 50 Dollar kosten, wir können glaube ich eine Dose für einen Dollar herstellen. Egal welcher Impfstoff gespritzt wird, er muss auch für Virusmutationen schützen. Die derzeitigen Kandidaten am Markt können das ganz gut, so Paläse. Auch weil die britische, südafrikanische und brasilianische Variante dem Ursprungsvirus ähneln. Ich würde sagen, man kann also vollkommen ruhig sein momentan noch. Wir brauchen uns nicht Sorgen machen. Die Studien von Südafrika sind nicht, das ist nicht Europa, das ist nicht Amerika. Die Leute sind unterernährt, die Leute haben HIV, die Leute haben Amöbin-Infektionen, die Leute haben Wurm-Infektionen, sind unterernährt. Das ist alles, was wir von Südafrika hören, glaube ich nicht, dass das auf Österreich einen großen Einfluss haben sollte. Um die Impfung an die Mutation anzupassen, reicht ein verlängertes Wochenende, so der Virenforscher. Auch bei möglichen weiteren Mutationen. Virenforscher Wurzeln